Und dann ist es so, weil eigenständig Informationen zu löschen, die ihr zur Verfügung gestellt habt, kann sie sich in den Herzen machen. Aber wenn ich eine neue Homepage mache, dann muss ich halt die Leute auch fragen und sagen, ich bitte nicht was. Und dann machen wir das rein. Das sind alle Fragen. Das sind alle Fragen. Das sind alle Fragen. Aber es geht um die Homepage. Meine Damen, meine Herren, es geht um die Homepage, es geht um das App, um den Antrag von Wolfgang. Ich darf kurz um Aufmerksamkeit bitten. Es geht um den Antrag von Wolfgang. Wie stellt sich ihr dazu? Ist das für euch eine Option? Ja oder nein? Nein. Verstehen wir darüber auch. Wer für das App von Wolfgang ist, bitte um eine Zeichen der Zustimmung. Wer ist dagegen? Stimmt, Auto? Keiner. Ah. Willst du den Wolfgang bezeichnen? Das stimmt. Gut. Das ist der Anteil. Wir wollen eine Homepage. Wir haben auch eine Homepage. Bei der Anrupe. Wir wollen eine Homepage. Ich habe das Feedback. Ja, ich sage das. Ja, ich kann nicht mehr alles hinlegen. Ich habe die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.